Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ja, wenn ihr eine Jacke sucht, die euch vor Regen und Schnee und vor allem vor Wind schützen soll, dann empfehle ich euch von Nike die Stormfly Laufjacke für den Herren. Sie ist eine sehr leichte und dynamische Laufjacke mit einem sehr robusten Design, was man zum Beispiel an den zusätzlich verschweißten Nähten erkennen kann. Der hochgeschlossene Stehkragen ist mit einem weichen Vlies ausgestattet und bietet zusätzlich Schutz. Der gesamte Reißverschluss ist mit einer Lasche versehen, sodass durch den Reißverschluss ebenfalls keine zusätzliche Feuchtigkeit eintreten kann. Bei sehr schlechten Wetterverhältnissen ist natürlich die Sicherheit auch sehr wichtig. Insofern ist die Jacke mit sehr vielen reflektorischen Details ausgestattet, wie zum Beispiel hier auf den Schultern, aber auch an der Seite und in der Rückenpartie. Auf der linken Brustseite befindet sich eine Tasche, um kleinere Sachen zu verstauen. Auch der Reißverschluss dieser Tasche ist mit einer Lasche abgedeckt. Im Inneren dieser Tasche befindet sich eine zusätzliche Öffnung für das Kopfhörerkabel. Die Jacke verfügt über einen anatomisch angepassten Schnitt. Zusätzlich ist der Bundabschluss individuell mit einer Kordel einstellbar und auch die Ärmel enden in einem elastischen Bündchen. Somit ist ein idealer Tragekomfort gegeben. Stormfit-Technologie, das ist das Zauberwort von Nike, das euch vor Wind und Nässe schützt. Und diese Technologie ist in der Stormfly-Jacke von Nike integriert. Und diese Jacke könnt ihr in allen Runnerspoint-Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.